ein herzliches willkommen zum taroskop mit ella wir sind in der woche 27 juli bis 2 august 2020 damit hätten wir auch den siebten monat überstanden sag ich mal wir wollen mal schauen welche karten ich jetzt verwende das sind finde deinen wahren weg von colette bernried für die allgemeinen energien in der woche wir haben das after tarot für die karten der wochentage das ist von mensch julia f massalia dann haben wir das ganz normale reiter weht zur klärung dann haben wir die orake karten weisheitskarten der seele und wir haben das kraft tier für diese woche auch von colette bernried das orakel der krafttiere nur mal damit ihr seht welche karten ich verwende die könnt ihr auch wenn ihr wollt über amazon bestellen ich habe auch einige davon auf meiner webseite www.ella-tausko.de und wir schauen jetzt erst mal was astrologisch in dieser woche für alle drin ist meine lieben dann wollen wir mal schauen was wir so astrologisch haben wir haben am 27 mit jupiter und neptun eine positive entwicklung jupiter ist ja der glücks planet und neptun ist ja manchmal der so ein bisschen die sinne vernebelt das wird auch andauern wie gesagt bis erste woche august und da ist man halt so ein bisschen auf positive entwicklungen aus was ja auch sehr gut passiert also wenn man sich darum bemüht ganz klar wir haben ein krit eine kritische venus mit neptun also sie steht kritisch zu neptun vom 26 bis 28 juli und wir haben auch noch merke und mars kritisch das wiederum verursacht ja ich sag mal unzufriedenheit ja und das kann natürlich zu konflikten führen also passt da bitte ein wenig auf wir haben einen am 30 einen winkel merkur zu neptun da kann man so ein bisschen seine ideen seine kreativität ausüben nutzen sich vielleicht auch irgendeinem hobby einem kreativen hobby hingeben und dann haben wir merkur jupiter entspannung da ist es wichtig dass man weder den versprechungen anderer glaubt noch selbst zu viele versprechungen macht da sollte man aufpassen denn man hat hoch fliegende pläne haben wir gehört man kann kreativ sein aber man sollte eben die realisierung davon auch prüfen also nicht zu voreilig irgendwas entscheiden oder wie gesagt versprechen da gibt es sicherlich noch das ein oder andere zu klären wie gesagt ob das der realität standhält das ist äußerst wichtig so dann haben wir im august immer noch ein paar aggressive einflüsse bis zum siebten haben wir wie gesagt jupiter und neptun versöhnlich man will aber am ersten august seine meinung anderen aufzwingen und da kann es passieren dass der ein oder andere versucht jemandem sozusagen die pistole auf die brust zu setzen vorsichtig auch damit entweder wenn es auf dich zukommt versucht das nicht so eng zu sehen aber selbst solltest du es nicht versuchen wir haben sonne uranus winkel 2 august und das kann eben plötzliche veränderungen bedeuten darauf muss man sich einstellen oder damit kann man rechnen ja damit sind wir bei den ersten tagen im august wie es dann weitergeht hören wir dann in der nächsten woche aber wir wollen jetzt für die einzelnen sternzeichen schauen was da astrologisch ende juli anfang august möglich ist bis gleich ein herzliches willkommen liebe jungfrau zur tauskoblegung mit ella für die woche 27 juli bis 2 august 2020 und wir wollen natürlich auch astrologisch ein bisschen schauen was da so drin ist für dich wir haben mit jupiter dem glücksplaneten der ja im steinbock verweilt vom 17 juli bis 7 august positive verbindungen mit neptun und da kann man träume verwirklichen das heißt man kann wirklich dinge umsetzen in die realität holen und dazu brauchst du dein bauchgefühl deine intuition später geht er dann mit also es ist auf jeden fall ein positiver einfluss den du jetzt in dieser zeit ich sag das datum noch mal und zwar vom bis 7 august dass du dinge umsetzen kannst wir haben saturn rückläufig zweiter juli bis 29 september da musst du natürlich mit arbeiten an diesen dingen und die hürden die da kommen auch ja nehmen uranus ist der veränderer der steht im stier und da könntest du auch ende august dann überraschungen erleben in sachen veränderung da kommen wir dann später zu wir haben neptun 18 juli bis 7 august intensive veränderung auch in bezug auf das verwirklichen von träumen das habe ich ja eben schon angesprochen pluto beflügelt dich stärkt deine durchsetzungskraft und lässt dich auch in gesundheitsfragen so ein bisschen ja nachhaken aufpassen dass du dich wohl fühlst damit du deine ziele auch erreichen kannst was sehr vernünftig ist pluto verschafft dir den erfolg den du dir wünscht mars haben wir momentan im widder und der hat momentan keine großartigen einflüsse auf dich als jungfrau das heißt er wirkt jetzt nicht besonders auf dich ein natürlich ist mars im widder auch immer so ein bisschen power unterstützung kraft ja wir haben die venus im krebs und zwar vom 7 august bis 6 september da kannst du beziehungen ins lot bringen und da steigert sich auch deine beliebtheit was ja auch gut ist gute gespräche hast du auch bis zum fünften august mit merkur im krebs also nach dieser rückläufigkeit keine schlechten nachrichten es ist jetzt im juli relativ ruhig gewesen am 27 solltest du aufpassen dass man dich nicht hinters licht führt das ist so ein datum wahrscheinlich mit neptun der so ein bisschen die sinne vernebelt anfang august hast du wenig planeten einflüsse wir haben aber natürlich die sonne im löwen ja schauen wir mal was der monat beziehungsweise die woche 27 juli bis zum 2 august für dich jetzt noch so parat hat meine liebe jungfrau schauen wir uns an was jetzt so kartentechnisch drin ist wir wollen wissen wie die woche verläuft so energetisch was auf dich zukommen kann wir sind ja bei der allgemeinen legung und das bedeutet du siehst dir das raus was für dich hilfreich ist das kann nicht immer hundertprozentig stimmen aber du kannst natürlich die wichtigsten aspekte für dich erkennen daraus dass du eben die legung im vorfeld schaust wir wollen mal sehen welche energien kommen denn von außen von deinen mitmenschen die dir begegnen das können leute sein die du kennst aber auch leute sein die du noch nie gesehen hast oder die du neu kennenlernst also alle diese varianten sind möglich so schauen wir uns mal an was dich als jungfrau in dieser woche von außen erwartet das ass des feuers ein leidenschaftlicher neu beginn feuerenergie wir sind ja dann jetzt in sonne im löwen kann ein löwe sein kann natürlich auch andere feuerenergie sein ein leidenschaftlicher neu beginn von außen kann dich betreffen oder kann etwas sein was du beobachtest wir schauen mal wie du dich denn in dieser woche siehst was dein wunsch ist was du erhoffst oder befürchtest was gut für dich ist was weniger gut ist und wie die woche für dich ausgeht so dann mache ich noch mal eben den kamera check schauen ja das ist gut zu sehen wir können noch ein kleines stückchen rüber ansonsten alles gut kommen wir zu den wochentagen wie immer bei der allgemeinlegung kann das für dich vom tag her anders liegen als gelegt aber das ist in ordnung wichtig ist nur dass du da ich sag mal informationen bekommst die du normalerweise nicht hättest und die dir natürlich bei deinen entscheidungen weiterhelfen und wir möchten natürlich wissen wie du auf deine mitmenschen in dieser woche zu gehst also was so deine außenwirkung deine außenenergie ist könig der stäbe du hast auch feuer energie in dir das heißt optimistisch leidenschaftlich vorangehend dranbleibend an dem was man erreichen will also du gehst mit voller power an die dinge ran die dich interessieren das passt ja gut zum ast der stäbe und deswegen sage ich ja das kann ja für dich auch von vorteil sein vielleicht wirst du auch von diesem ast der stäbe von außen mit gerissen schauen wir mal montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag und der sonntag die vorwoche hänge ich dir noch mal hinten an so dass du wenn du möchtest noch mal den vergleich zur vorwoche hast wie das jetzt ist und wie das in der letzten woche war wir schauen uns jetzt als erstes mal an wie du dich denn in dieser woche selbst so siehst die sonne dir geht es richtig gut das ist auch das was eben in astrologie ein thema war gesundheit dass man sich darum bemüht dass man sich gesund ernährt genug bewegt vielleicht auch genug zeit in der natur verbringt dass man darauf achtet was man ist wie viel man ist und so weiter positive energie positive gedanken positive entwicklung die sonne ist die strahlkraft nach außen auch die beliebtheit das war auch das was wir eben ansprachen was wünschst du dir denn ein neuanfang mit der welt da gibt es etwas was du vielleicht neu beginnen möchtest du hast einen alten karmischen zyklus für dich abgeschlossen und beginnst jetzt etwas neues vielleicht in deinem leben eine veränderung ein umzug eine reise ein neues projekt ein neues hobby vielleicht auch irgendwas was du für dich neu entdeckt hast kann auch in der beziehung sein durchaus möglich das ist zumindest dein wunsch was erhoffst oder befürchtest du denn die zehn der luft über dinge hinweg kommen die dich verletzt und gekränkt haben das kann in der nahen vergangenheit liegen das kann auch schon weiter zurückliegen es kann auch bedeuten in der befürchtung dass du über etwas nicht hinweg kommst dass du das befürchtest schauen wir mal was gut für dich ist die sieben der luft die sieben der luft ist meist etwas verbergen vielleicht gibt es etwas was du nicht so nach außen tragen möchtest was für dich ein geheimnis darstellt was du vielleicht nicht erkennen lassen möchtest oder irgendwas was dich beschäftigt was du für dich behältst und es ist in dieser woche gut vielleicht hilft dir dieses geheimnis auch voranzukommen wenn es jetzt zum beispiel etwas ist was du als hobby betreibt oder etwas womit du ja vielleicht immer mal geliebäugelt hast aber es nie in die tat umgesetzt hast und jetzt ist das vielleicht etwas was nach vorne dringt zumindest in dir schauen wir uns gleich mal an nicht gut in dieser woche ist der turm der turm ist so ein schlussstrich ziehen dinge ausmisten hinter sich lassen platz schaffen für neues wenn der turm auf der position steht nicht gut für dich kann das einerseits bedeuten dass eine veränderung kommt die dir nicht gefällt oder dass jetzt nicht der richtige zeitpunkt ist ein neubeginn zu starten wenn dein wunsch die welt ist das wäre dann so nach dem motto warte noch ja wie sieht denn der ausgang aus versuchung das ist im grunde der teufel übertreibung zu viel erwarten oder zu viel gleichzeitig tun war wozu der mars im wieder dich verleiten könnte dass du dir wie gesagt zu viele baustellen aufmachst und dann eben nichts wirklich zu ende bringen kannst das ist so gar nicht deine art aber wenn ich sehe du hast um dich herum sehr viel feuer energie kann das natürlich dazu führen dass du so ein bisschen mitgerissen wirst wir schauen uns das mal an am montag haben wir den ritter der kelche liebevolles entgegenkommen das kann bedeuten deine beliebtheit ist groß dein optimismus ist groß das wirkt anziehend und da kommen vielleicht ein paar nette angebote nettigkeiten oder nette leute kommen auf dich zu das ist sehr schön dann haben wir die drei der schwerter und das hat sicherlich mit der welt zu tun die darüber liegt als dein wunsch du bist traurig dass dinge sich nicht so entwickeln wie du dir das vielleicht vorgestellt hast das ist so du möchtest es jetzt und gleich und sofort am liebsten mit der drei der schwerter würde ich einfach mal die dinge beobachten und nicht zu sehr forcieren nicht so darauf bestehen ja wir hatten jetzt im vorfeld die sonne im krebs und da war man ja auch launenhaft und wollte unbedingt so sein willen durchsetzen das kann jetzt mit maß im wieder auch passieren sei vorsichtig mit dieser energie versuche einfach mit einem pragmatismus deine ich sag mal schönen energie die dinge positiv zu sehen und eben mit seiner auch ja angelegten geduld zu warten bis es soweit ist am mittwoch der magier manifestation über dinge hinweg zu kommen auch den schmerz ich sag mal zu verarbeiten das muss jetzt nicht unbedingt liebeskummer sein die drei der schwerter es kann eine enttäuschung sein dass jemand in deiner umgebung dich enttäuscht was er oder sie sagt tut oder wie jemand sich verhält das kann durchaus sein das muss aber deine positive grund tendenz nicht verändern ja es kommt ja immer darauf an wie du damit umgehst wenn man die zehn der schwerter in den hoffnung dass ihr das nicht so viel ausmacht manifestation ist umsetzung dessen was du denkst und wie du dich fühlst und da ist ja die sonne und das ist ja durchweg positiv dann haben wir hier am donnerstag die acht der schwerter da drehst du dich im kreis und wir haben darüber die sieben der schwerter und die zehn der schwerter da gehst du an ich glaube etwas was dir am herzen liegt und auch wo du mit leidenschaft dran bist zu analytisch ran da bist du zu unbeteiligt im sinne von ich versuche vielleicht mir gefühle auszureden weil ich etwas machen will oder weil mich das reizt mit analyse das funktioniert nicht du kannst gefühle nicht analytisch erklären und auch nicht verändern du kannst dir selber nicht erklären du darfst jetzt das und das nicht machen weil es gerade nicht geht dein bauch sagt trotzdem ich will aber ja also oder dein herz auch sagt ich will aber also da ist so ein innerer konflikt der gerade so stattfindet und da kreisen deine gedanken drum freitag haben wir die zehn der münzen stabilität und sicherheit und ich denke du hast dir gerade etwas erarbeitet oder etwas geschaffen dass du nicht direkt wieder um modeln oder verändern solltest genieße momentan die zehn der münzen das ist stabilität in beziehungen aber auch finanziell beruflich das solltest du genießen und du solltest eben nicht versuchen die irgendwelche schönen dinge die du eigentlich so im gedankenbereich oder auch im gefühlsbereich hast auszureden am samstag haben wir die königin der schwerter das ist zu sich selbst aufrichtig sein sich auch seine schwächen seine unzulänglichkeiten eingestehen aber sie nicht verurteilen sondern sagen okay ich bin geneigt den dingen auf den grund zu gehen ich bin geneigt kontrolle auszuüben ich bin geneigt sehr kritisch zu sein das weiß ich alles aber so bin ich nun mal ja du musst das nicht verurteilen das sind deine schattenseiten mit denen du umzugehen lernen solltest die du annehmen solltest weil sonst machst du sie negativer als sie sind königin der schwerter ist aufrichtig zu sich aber auch zu anderen und wir haben die versuchung vielleicht versuchst du dich mit irgendwelchen anderen dingen von irgendwas abzulenken wir haben hier die kraft du versuchst kraft zu schöpfen aus dem was dich versucht was dir vielleicht ablenkung bietet schauen wir mal was wir mit dem dritten kartendeck da rausholen können wir haben sehr leidenschaftliche energien versuchung kann natürlich auch fremdgehen bedeuten natürlich klar schauen wir mal die sonne die sonne du hast der positive energie fünf der münzen und acht der münzen der rückzug und die arbeit vielleicht ist es einfach der situation gerade geschuldet dass du deine positive energie mehr in die arbeit steckst weil man ja nicht so viel machen kann momentan das ist ein bisschen schade aber gut es kann auch bedeuten dass du vielleicht daran arbeitest aus dieser zurückhaltung oder dieser quarantäne irgendwie auszubrechen wir schauen mal was ist die welt da ist der magier und da ist die drei der stäbe zu lernen mit dem was du gerne machen möchtest umzugehen drei der stäbe ist ja auch seine fähigkeiten verbessern zu lernen und auch über den teller ranzuschauen also zu planen für die zukunft irgendwo auch vielleicht kannst du diesen neu anfangen momentan nur erst mal planen aber das ist ja auch nicht schlecht das ist ja auch eine positive beschäftigung mit dem was du möchtest zehn der luft acht der kälte und sieben der kälte du weißt nicht so recht wie du mit diesen verletzungen aus der vergangenheit umgehen sollst und ich sage ja diese verletzung können aus der nahen vergangenheit aber auch aus der ferneren vergangenheit stammen du versuchst dinge anders zu machen als vielleicht zuvor und sie ist die versuchungen vielleicht auch mit den sieben der kälte von außen wir haben die versuchung hier aber du bist ja noch nicht sicher wie du damit umgehen möchtest und dann haben wir das geheimnis die sieben der schwerter zehn der kälte und die kraft so wir haben sehr viel gefühl ich habe es geahnt dass du an etwas oder jemandem tief in dir sehr hängst aber du möchtest das nicht nach außen dringen lassen du möchtest das nicht zeigen vielleicht war das jemand der dich verletzt hat oder es ist so dass du dich plötzlich und unerwartet in jemanden verliebt hast und das nicht wahrhaben möchtest das kann ja auch sein wenn du in einer festen beziehung bist oder dass du dann sagst nee das geht halt nicht und das will ich auch nicht aber gefühle lassen sich nicht einsperren und da brauchst du schon eine menge kraft um das eben für dich zu behalten der turm fünf der stäbe und der tod die transformation da haben wir konflikt zumindest erst mal in dir selbst du möchtest das vielleicht was was dich ärgert was dich beschäftigt verändern das kommt auch aber es ist in dieser woche noch nicht so weit wir haben den turm das kann auch verspätet kommen oder es ist etwas was dich in konflikt bringen könnte diese veränderung dass du dann die fünf der stäbe hast und die veränderung kommt das könnte bei dir auch der fall sein was ist die versuchung zwei der stäbe und der ritter der münzen ja warten um die entscheidung die richtige entscheidung dann zu treffen der ritter der münzen ist ja auch erdenergie wie deine und erst mal zu schauen wie sich die dinge entwickeln so dann haben wir den ritter der kelche könig der stäbe deine energie und die drei der schwerter da ist eine leidenschaft in dir die dich verunsichert oder ich habe das gefühl dass du da ein liebevolles angebot bekommst und ich sag mal enttäuscht bist dass du dieses angebot vielleicht momentan nicht annehmen kannst weil du vielleicht noch in einer beziehung bist oder weil du dich nicht traust aus deiner sicherheit oder dem was du gerade hast heraus zu gehen drei der schwerter das gericht und der mond das ist auch dein deine innere sensibilität mit der du nicht zurecht kommst verstehst du du bist ja kein sternzeichen dass jetzt so mit seinen gefühlen nach vorne geht und plötzlich hast du ganz starke intensive gefühle die dich verunsichern oder irritieren sogar okay und das macht dich ganz nervös und ganz unsicher vielleicht auch so und jetzt versuchst du diese gefühle oder auch diese unangenehmen gefühle zu beurteilen es kann auch bedeuten dass du einer versuchung nach gehst und da erwischt wirst wäre auch eine alternative dass du eben beim fremdgehen erwischt wirst zum beispiel und das fordert natürlich dann sehr viel sensitivität und bringt natürlich keine positiven aspekte mit sich zumindest wenn das da eine dritte person gibt wenn dem so sein sollte bei irgendwas bist du vielleicht auch ertappt worden im job das muss jetzt nicht unbedingt liebe sein drei der schwerter sagte ich ja muss kein herzschmerz sein kann enttäuschung sein kann aber auch sein dass du jemanden enttäuscht was haben wir mit dem magier die hohe priesterin und die königin der schwerter dein bauchgefühl sagt dir ehrlich wert am längsten und das ist richtig je eher du zu den dingen stehst die da vielleicht passieren oder passiert sind desto eher kommst du aus dieser zwickmühle heraus wir haben ja daneben auch die acht der schwerter den konflikt und die neuen der kelche das was du vielleicht gemacht hast oder wonach du dich sehnst sollte eigentlich nicht an die oberfläche dringen aber wir haben hier wie gesagt vielleicht ein ich sag mal ein fehl tritt in irgendeiner weise die beurteilung und das umgehen damit das ist für dich auch nichts womit du dich gerne beschäftigt aber wie gesagt du manifestiert am besten indem du ehrlich zu dir und zu anderen bist du musst dich dem konflikt stellen um deinen wünschen dem was du erreichen willst näher zu kommen zehn der münzen neuen der stäbe königin der stäbe du gibst nicht auf du bist dran und bist auch mit leidenschaft ich glaube dass bist du auch die königin der stäbe im sinne von ich bleibe dabei was ich tue und dass ich will die veränderung es ist vielleicht nicht der beste zeitpunkt aber ich stehe dazu ok du solltest halt nur gucken ob es das tatsächlich dann wert ist wenn es so ist dann musst du mit der königin der schwerter farbe bekennen und dann machst du dir sorgen was dein liebesleben betrifft oder die menschen die du den du gefühle entgegen bringst du machst dir um dein umfeld sorgen vielleicht dass du da etwas gemacht hast was in deinem umfeld nicht für freude sorgt je nachdem die stärke sieben der schwerter und könig der münzen also du bist schon ich sag mal dabei die dinge für dich geheim zu halten aber ich habe hier entweder ist es die gleiche sache die du hier geheim hältst oder es ist diese sache wo teile dessen was du machst oder was du am liebsten machst wem du welchem gefühl du folgst dass du teile davon also dass teile davon zumindest offenbart werden ich habe den eindruck du wirst in dieser woche von leidenschaft mitgerissen kann für ein projekt sein kann für einen job sein kann für irgendeine möglichkeit geld zu verdienen sein für ein neuanfang es ist nicht der richtige zeitpunkt und hier haben wir da so ein bisschen die konfliktbasis ja dass der konflikt entstehen kann wenn du es trotzdem machst also wenn du trotzdem deiner versuchung folgst ja das ist vielleicht für jeden unterschiedlich hier haben wir auf jeden fall die stärke ist das geheimnis vielleicht ist nur ein teil des geheimnisses nach vor und nach außen gedrungen und hier bist du in deiner deinem element dem könig der münzen wie das für dich persönlich passt ich bin gespannt wir haben auf jeden fall hier auch ein bisschen unsicherheit was die gefühle betrifft du bist von deinen gefühlen so ein bisschen übermannt der turm ist jetzt vielleicht das was dadurch hervorgerufen wird kann sein wenn du zum beispiel nebenjob einfach gemacht hast und das nicht versteuert hast wirst erwischt dann hast du deinen job verloren ist jetzt nur ein beispiel dann kann das natürlich dazu führen dass du dich auch schlecht fühlst ja dann ist aber vielleicht nicht der gesamte umfang dessen was du schon gemacht hast rausgekommen ja und das ist eben dein geheimnis so dass du das schlimmste verhindern kannst das wäre jetzt so eine auslegung ich bin sehr gespannt ich hoffe du berichtest uns davon naja nur wenn du willst natürlich die knochensammlerin ist die karte die ich für dich gezogen habe die nummer eins schauen wir mal was diese karte besagt die habe ich auch schon öfter mal vorgelesen es ist du bist vollständig und hast alles was du brauchst in dir die karte bedeutet diese karte fordert dich auf deine lebensumstände genau zu betrachten und dich zu fragen ob du völlig präsent bist oder aus den prägungen der vergangenheit und aus unbewussten erwartungen heraus agiert jede unserer seelischen verletzungen kommt besonders wenn wir noch kinder sind einem raub an unserer seele gleich wir passen uns an und akzeptieren eine bestimmte version der wahrheit die über unser verhalten bestimmt wenn wir in zukunft mit einer situation konfrontiert sind die uns an die prägende erfahrung erinnert was wir über uns selbst wissen ist somit durch eine begrenzte wahrnehmung verfälscht vielleicht erlebst du dich als mutlos und zweifelst an deinem selbstwert vielleicht fühlst du dich als falsch und nicht liebenswert oder erwartest nur auf kritik zu stoßen mit welcher frage du diese karte auch gezogen haben magst die knochensammlerin erinnert dich daran dass du in wahrheit ein kraftvolles wesen mit unbegrenzten möglichkeiten bist was immer dir genommen wurde hat sie für dich in der seelischen verletzung sicher bewahrt und sie erscheint dir jetzt um dich zu ermutigen zurück zu verlangen was die abhanden gekommen ist du hast all das von dem du glaubst dass es dir fehlt in dir und die knochensammlerin ist deine innere kraftquelle handle so als ob du besäß ist was dir zu mangeln scheint und du wirst sehen dass du es niemals wirklich verloren hast alles ist möglich wenn du wach und bewusst bist brauchst du dich durch die wunden der vergangenheit nicht beherrschen zu lassen also es geht auch um die wunden der vergangenheit die vielleicht ein gewisses handeln in dir hervorrufen ja und vielleicht ist auch sagen wir mal diese versuchung dass was dich ja was dich so ein bisschen daraus befreit und je nachdem um was es bei dir geht kann das natürlich auch hilfreich sein aber es kann natürlich für die beteiligten vielleicht unangenehm sein und vielleicht sogar für dich unangenehm sein wenn du damit auf fliegst schauen wir mal kraft hier ist die krähe sein mit schöpfer an der seite des allgeistes die nummer 33 die krähe ist an für sich ein gutes krafttier soweit ich das noch weiß wir schauen mal die botschaft lautet kannst du wenn du um dich blickst die magie spüren die in der welt pulsiert hast du schon bemerkt wie jeder gedanke konkrete form annehmen kann wie jede absicht ein appell an das universum sein kann in aktion zu treten während die heiligen gesetze darüber bestimmen welche art von erfahrungen du machst das universum verfährt nach einer perfekten ordnung wenn du deine gedanken gefühle und überzeugungen mit dem allgeist in einklang bringst wirst du spüren wie beglückend und wunderbar es ist in harmonie mit etwas zu sein das größer ist als du selbst der geist der krähe sagt dir dass du jetzt auf dem richtigen weg bist und deine träume auf magische weise in der welt des sichtbaren verwirklicht zu sehen die gesetze der fülle des ausgleichs der schwingung und der wertschätzung wirken in deinem sinne zusammen versäume nicht dankbar zu sein für das was dir gegeben ist auch wenn es noch dabei ist form anzunehmen und noch in der unsichtbaren welt des mitschöpfertums verweilt ganz gleich um welchen aspekt deines lebens ist dir jetzt geht was du dir erhoffst ist auf dem weg zu dir denn der allgeist steht dir als dein partner und mitschöpfer zur seite also vielleicht ersehnst du dir ja auch eine leidenschaftliche liebe eine leidenschaftliche sache die du umsetzen möchtest du traust dich nicht aufgrund der prägungen die wir ja vorher gehört haben das nach außen zu zeigen deswegen die sieben der schwerter und jetzt hast du vielleicht die möglichkeit in naher zukunft diese träume die du hast zu verwirklichen in irgendeiner form und deswegen versuchst du das jetzt noch vielleicht für dich zu behalten aber die positive energie und vielleicht auch dieses ich möchte das jetzt umsetzen kann natürlich dazu führen dass du selbst versuchst das zu forcieren und dass du damit ein klein wenig auf die nase fällst je nachdem was das bei dir betrifft wir haben hier am ende die kraft ist das geheimnis was du mit dir trägst also es kann natürlich sein dass du großes plant und das eben nur ein kleiner teil dessen jetzt sozusagen öffentlich geworden ist und dass das erst viel später folgt was du eigentlich leidenschaftlich umsetzen möchtest in welchem bereich auch immer das sein mag ja wir haben hier auf jeden fall die wunscherfüllung trotz des konfliktes der auch vielleicht in dir tobt weil du momentan noch nicht weiß wie du das alles umsetzen kannst aber du hast zweimal den magier du hast die welt du hast den turm und du hast die sonne aber du hast auch zweimal die drei der schwerter also es ist und zweigleisiges schwert also so einerseits ja warum nicht auf der anderen seite denkst du vielleicht daran ja das könnte alles was ich bisher vielleicht aufgebaut habe in gefahr bringen zum beispiel mit job oder so je nachdem was das ist oder auch mit beziehungen ja und deswegen bist du da etwas vorsichtig und versucht die dinge eben nicht an die große glocke zu hängen ich bin gespannt wie sich das für dich auswirkt es sieht so aus als ob da wirklich ich sag mal vorsicht geboten ist wie du was umsetzt wenn du was schon in dieser woche umsetzt ansonsten würde ich dir raten noch ein bisschen zu warten um das vielleicht zu einem späteren zeitpunkt im vollen umfang genießen zu können aber wie gesagt die entscheidung liegt ganz bei dir ich bin gespannt was du uns bericht ist lass es gerne in den kommentaren ich bin sehr neugierig und freue mich schon auf die nächste woche zu hören wie das weitergeht und was denn dann dein traum ist und wenn es dir eine kleine hilfe war und du damit vielleicht hier kränkung oder sowas verhindern konntest würde ich mich auch sehr freuen natürlich und über ein däumchen hoch wenn das hilfreich war ja super ich bedanke mich liebe jungfrau wünsche dir eine spannende woche und freue mich dann schon auf die nächste alles gute und bis bald